Ich bin zu Hause. Was zum... Was ist das für ein rotes Zeug auf dem Boden? Da ist eine Spur, die in die Küche führt. Das sieht aus wie ein Tatort. Was ist passiert? Bilt es dir gut? Oh mein Gott! Warte eine Sekunde. Du hast die ganze Zeit meinen Kuchen gegessen? Du hast meinen Geburtstagskuchen ruiniert. Grace und ihr Hund wurden in einen Herausforderungsraum gebracht. Bei der nächsten Herausforderung wird es jetzt stacherlich. Aua! Das ist ein echter Kaktus. Was? Meiner riecht nach Schokolade. Das sehe ich. Ich werde meinen auch lecken. Aua! Ich habe mir Splitter eingefangen. Ich brauche erste Hilfe. Eine Spritze? Sieht so aus, als müsste ich das hier benutzen, um die Splitter herauszuziehen. Mein armes Gesicht. Oh, ich lebe noch. Was? Wie kann es sein, dass mein Hund schon fast mit dem Essen fertig ist? Ich muss mich beeilen. Ich weiß schon. Ich werde die Spritze benutzen, um den ganzen Kaktussaft auszusaugen. Das kann ich mit einem Mal trinken. So, fertig. Grace gewinnt einen Punkt für diese Herausforderung. Ihr armer Hund hat seinen leckeren Kaktus noch nicht aufgegessen. Wow, wir haben Karotten für diese Challenge. Äh, okay. Mit dieser Karotte stimmt etwas nicht. Hilf mir! Sieht aus, als hätte die Karotte Bauchschmerzen. Oh nein! Zeit, den Doktor zu spielen. Wir müssen eine Ultraschalluntersuchung machen. Bleib ruhig, das Gel ist ein bisschen kalt. Ich werde jetzt deinen Bauch abtasten. Oh je! Die Karotte ist mit Zwillingen schwanger. Ich muss Mama Karotte in den Schlaf versetzen, damit ich die Babys herausholen kann. Schlaf gut! Zeit für die Extraktion. Ich muss nur noch Linien um ihren Bauch ziehen und dann ist es Zeit, sie aufzuschneiden. Ich bin so nervös. Danke, Kumpel. Die Zwillinge sind in Sicherheit. Oh. Das andere Baby bewegt sich nicht. Wach auf, wach auf. Oh Gott sei Dank, es hat nur geschlafen. Auf geht's, Babys. Wir müssen deine Mama wieder zusammennähen. Die Operation war ein Erfolg. Mama Karotte und ihre Zwillinge. Uh. Deine Karotten sind doch nur Spielzeug. Ich rieche hier etwas. Wow. Unter den Karotten sind Leckerlis versteckt. Treffer. Warte, was? Noch eins. Yum, yum. Und schon sind wir bei der letzten Leckerei. Der Hund gewinnt, weil er seine Leckerlis aufisst. Grace hat nicht einmal ihre Karotte gegessen. Wow, wir essen Burger. Deiner sieht einfach aus und meiner sieht lecker aus. Warte, ein Squishy? Squishy? Ich habe eine Idee. Schau, geh und hol den Squishy. Squishy. Dieser echte Burger gehört mir. Du hast mich verraten. Ach so. Hä? Was jetzt? Aua. Du willst, dass ich mein eigenes Stirnband hole? Äh. Was ist ein Cheeseburger ohne Käse? Ich bin wieder da. Okay, Zeit zum Essen. Nom. Dieser Käse ist einfach nur Gummi. Ah. Ich habe meinen Burger fallen lassen. Lecker. Nein, 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 nein. Nun? Niemand bekommt einen Punkt. Wow. Das ist der größte Frappuccino, den ich je gesehen habe. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu probieren. Hände nicht erlaubt. Ach, komm schon. Oh, das wird einfach sein. Ich brauche keine Hände zum Essen. Das ist so schwer. Ich bin doch kein Hund. Was ist, wenn ich mein ganzes Gesicht zuschlage? Ich glaube, ich habe eine Schlagsahne-Perücke auf dem Kopf. Ich bin fertig. Ich will mehr. Oh. Der Hund gewinnt einen Punkt. Bei dieser Herausforderung dürfen Sie würzige Nudeln mit Eiern essen. Das sieht lecker aus. Ich bin ein Walross. Das macht mir nichts aus. Lasst uns reinhauen. Oh nein, ich habe vergessen, wie man Stäbchen benutzt. Mein Ei. Es ist unter den Tisch gerollt. Ich kann besser mit Stäbchen umgehen als Sie. Das ist ganz einfach. Ich kann das alles schnell aufessen. Puh, so scharf. Da ist ja mein Ei. Komm her. Ich hab's. Egitt, es ist so dreckig. Was? Wieso bist du fast fertig mit deinen Nudeln? Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses Ei essen. Ich werde diese Herausforderung nicht verlieren. Letzter Bissen. Nein, ich habe schon wieder verloren. Der Hund gewinnt die Herausforderung. Und er bekommt frische Milch als Preis. Die erste Herausforderung ist es, deine Wurst mit deinem eigenen Dip zu beenden. Ich fange an. Ich werde die Wurst in zwei Hälften teilen. Eine für mich und eine für meinen Hund. Los geht's. Warum ist mein Anteil so klein? Ach so. Ich fange an, meine Wurst darin einzutauchen. Ich liebe Ketchup. Grace hat angefangen, ihr Essen zu genießen. Ich bin enttäuscht von meinem Essen. Hm. Oh nein. Heiß, heiß, heiß. Das hast du davon, du gieriges Mädchen. Ich werde ein Stäbchen nehmen und mein kleines Stück Wurst erhitzen. Dann tauche ich meine Wurst in diese leckere Soße. Jetzt ist es an der Zeit, sie zu verschlingen. Ich könnte sie mit einem Bissen aufessen. Ich habe mir die Zunge verbrannt. Ich brauche ein Eis. Puh. Hä? Der Hund isst sein Würstchen zuerst auf. Ist etwas von meiner. Nein, danke. Ich habe verloren. Das Essen für diese Herausforderung ist... Salat? Huh? So ein lahmes Essen. Mein Essen ist Hundefutter? Ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor. Das sollte dein Futter sein, nicht meins. Wow, da ist Futter drin versteckt. Ein Katzenleckerli für einen Hund und Hundefutter für einen Menschen? Hm. Vielleicht kann ich das zu meinem Hund schmuggeln. Nicht schummeln. Oh Mann. Der rote Alarm hat aufgehört zu blinken. Aber ich will das trotzdem nicht essen. Ahaha. Warte mal. Hundefutter ist eigentlich ganz gut. Vielleicht finde ich auch das Katzenleckerli gut. Oh nein. Warum haben sich meine Ohren in Katzenohren verwandelt? Der Hund hat sich in eine Katze verwandelt. Das ist so lustig. Hä? Hundeohren? Hundepfoten? Oh nein. Eine Hundenase? Grace hat sich in einen Hund verwandelt. Zuckerwatte? Das wird ein Kinderspiel. Stopp. Hä? Ein saures Messgerät? Die Spieler bekommen Zitronensaft auf ihre Zuckerwatte gegossen. Wir sind noch nicht fertig. Auch Giftmüll und Regenbogenbonbons. Saurer Sirup und saure Gummibärchen. Bitte sag mir, dass das alles ist. Ein paar saure Sprühbonbons, um das Ganze abzurunden. Wir sind dem Untergang geweiht. Das gefällt mir gar nicht. Okay, hier kommt der erste Geschmack. Nur ein bisschen lecken. Schon zu sauer. Ich sabbere schon. Wie geht's? Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass ich das vertrage. Lass es mich versuchen. Ich kann nicht. Ich werde nicht aufgeben. Ich bin kein Feigling. Ich werde diese saure Zitrone essen, wenn ich muss. Los geht's. Zu sauer. Ich dachte, du wärst ein Hund. Jetzt bist du nur noch ein Angsthase. Grace gewinnt einen Punkt. Willkommen in der Tierarztpraxis. Ist das der Welpe? Sieht aus, als müssten wir ihm eine Impfung geben. Du jagst ihm Angst ein. Gib mir den Welpen. Bleib weg von ihm. Aua. Heute ist der Tag des guten Tierarztes. Das bin ich. Komm rein. Juhu. Ich dachte, ich würde meinen Spaß haben. Ein guter Tierärztetag bedeutet, dass auch die Haustiere ein neues Aussehen bekommen. Mein Welpe ist in Sicherheit und ich habe einen Lutscher bekommen. Ich liebe den Tag des guten Tierarztes. Hä? Das ist nicht cool. Helft mir. Was ist denn los? Der Plastikbeutel meines Fisches ist undicht. Er hat kein Wasser mehr. Ihr Aquarium ist kaputt. Oh je. Wo soll ich den Fisch zuerst unterbringen? In meinem Mund. Was machst du denn da? Hast du gerade meinen Fisch gegessen? Wir haben keine andere Wahl. Gib mir eine Sekunde. Wir brauchen diesen Wasserbehälter. Wir werden ihn mit Wasser füllen. Ja gut. Dein Fisch wäre fast rausgerutscht. Jetzt komm mit. Na gut. Was kommt als nächstes? Zuerst schneidest du den vorderen Teil des Behälters aus. Genau so. Lass uns dieses zusätzliche Stück loswerden. Dann dekorieren wir das Innere mit Kieselsteinen. Wahnsinn. Das ist eine ganze Menge. Meine Fische würden das lieben. Schau dir diese Farben an. Das sollte alles sein. Als nächstes nimmst du den erste Hilfekasten heraus. Darin befindet sich eine spezielle Lampenpflanze. Setze sie ebenfalls in den Behälter. Jetzt ist es an der Zeit, den Behälter mit Wasser aufzufüllen. Juhu. Achte darauf, dass du ihn bis zum Rand füllst, damit deine Fische mehr Platz zum Schwimmen haben. Perfekt. Huch, fast hätte ich die Fische vergessen. So, das war's. Willkommen in deinem neuen Aquarium. Hier ist es besser als in der dunklen Höhle, aus der ich gerade gekommen bin. Vielen Dank, Herr Doktor. Kein Problem. Puh. Ich werde ein Nickerchen machen. Oh nein. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Der Mann ist auf dem Boden eingeschlafen. Jetzt ist seine Schlange aus ihrem Haus gekommen. Oh oh. Sie steuert direkt auf den Mund des Mannes zu. Hä? Helft mir. Die Schlange ist in seinem Mund. Was ist denn hier los? Oh je. Helft mir. Ich habe meine Schlange verschluckt. Ich werde versuchen, sie herauszuziehen, okay? Nein, nein, nein. Sie versteckt sich wieder in deinem Mund. Was soll ich tun? Oh, ein Hamsterball. Den muss ich mir ausleihen, bitte. Ich werde deine Hilfe brauchen, Kumpel. Hey, lass mich runter. Ich werde die Schlange mit dem Hamster herauslocken. Da ist er. Jetzt kann ich sie herausziehen. Langsam. Ich habe es gleich. Ich habe sie. Ich habe sie. Bringen wir ihn zurück in seinen Käfig. Bist du okay? Ich konnte das Gift schmecken. Mach dir keine Sorgen. Du kannst dieses saure Bonbon probieren. Wahnsinn. Ich liebe Bonbons. Bitte funktioniere. Das schmeckt wirklich gut. Was für ein Tag. Ja, Kätzchen, Kätzchen. Geh und fang den Laser. Das ist ein gutes Kätzchen. Ich werde dich zur Strecke bringen, mysteriöser roter Punkt. Jemand ruft an. Ich werde eine Weile weggehen. Wo ist der roter Punkt? Hallo, geheimnisvoller Punkt. Bist du hier? Hilf mir, meinen vermissten roten Punkt zu finden. Oh nein. Warum weint meine Katze? Bist du krank? Ich muss den Tierarzt anrufen. Ich bin schon da. Ich weiß nicht, warum meine Katze weint. Ich frage mich, was los ist. Hey. Zieh dir dieses fehlende Poster an. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe ein Spielzeug für deine Katze. Es hat eine Feder. Drück einfach auf den Knopf und sie beginnt sich zu drehen, um mit deiner Katze zu spielen. Es hat geklappt. Schau, ich glaube, meine Katze mag es sehr. Gib mir jetzt die Federn. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ich kann jetzt sprechen. Okay, ich werde ihrer Katze jetzt die Impfung geben. Lass mich in Ruhe, Frau. Sie können aggressiv werden. Bitte bleiben Sie ruhig. Ich sagte, lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Aua, aua, mein Gesicht. Es tut mir so leid. Ist schon gut. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das ist ein Katzenspielzeug. Darin ist Katzenminze versteckt. Wie wäre es damit, Kätzchen? Hm, ein Snack. Jetzt, wo sie sich beruhigt hat, werde ich versuchen, den Wurm aus ihrem Ohr zu entfernen. Igitt, das ist die Ursache für ihre Aggressivität. Und jetzt geben wir ihr die Spritze. Vielen Dank, Herr Doktor. So, fertig. Ich bin froh, dass es meiner Katze jetzt gut geht. Hier ist die Bezahlung. Mach's gut. Mach's gut. Schauen wir mal. Herr Doktor, Hilfe! Meine Katze hört nicht auf, fit zu werden. Okay, legen Sie sie hin und lassen Sie mich nachsehen. Was ist das hier? Ein Schwangerschaftstest? Es scheint, dass Ihre Katze schwanger ist. Wahnsinn! Wir sollten einen Ultraschall bei ihr machen. Dann sehen wir, wie es Ihren Kätzchen geht. Sie ist hier auf dem Bildschirm an. Oh, die wachsen aber ganz schön schnell. Oh nein! Die Fruchtblase der Katze ist geplatzt. Oh je, sie steht kurz vor der Entbindung. Okay, dann wollen wir mal. Atme tief durch, Kätzchen. Du schaffst das schon. Jetzt pressen. Da ist sie! Wahnsinn! Ein süßes kleines Kätzchen. Aber da ist noch mehr. Ich sehe den Kopf. Noch ein süßes Kätzchen. Ja! Oh, das nächste ist auch ein großes, gesundes Kätzchen. Ich habe drei neue Katzen? Oh ja! Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe nicht nur eine, sondern gleich vier Katzen. Ich könnte ein Nickerchen gebrauchen. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Mama Katze hat gute Arbeit geleistet. Ich habe heute so viel verdient. Oh, da ruft jemand an. Es ist mein Schlangenfreund. Was gibt's denn? Oh nein! Ich bin auf dem Weg. Los geht's! Kommt das Miauen aus dem Inneren des Schlangenbauchs? Ich bin ja da. Oh je, was hast du denn da verschluckt? Keine Sorge, ich habe ein Werkzeug dafür. Eine Schere? Nein. Zange? Die auch nicht. Ein Handschuh? Ja, den werde ich zur Sicherheit brauchen. Hör zu, ich werde meine Hand in deinen Mund stecken und das Objekt herausziehen. Mal sehen. Ich glaube, ich habe es. Es ist genau hier. Okay, ich werde es jetzt herausziehen. Tief einatmen. Du hast eine Katze verschluckt? Ich bin am Leben. Ich bin am Leben. Das war's mit meinem Abendessen. Du böses Schlangenvieh. Ich esse keine Katzen. Hier, du kannst ein Ei haben. Bye, bye. Doktor, helfen Sie mir bitte. Mein Haar juckt so sehr. Juckt? Oh, dein Hund hat auch juckendes Fell. Oh, dein Hund hat auch juckendes Fell. Du bist so groß zu werden. In diesem flauschigen Fell können Sie sich gut verstecken. Oh Gott, die sind so groß. Jetzt benutzen wir einen speziellen Kamm, um das Fell des Hundes zu reinigen. Schau dir den ganzen Schmutz an. Da ist noch mehr um seinen Kopf herum. Wir müssen dich weiter kämmen, Kumpel. Dieser Kamm sammelt auch das ganze Fell ein, das er verliert. Aber das können wir mit einem einfachen Klick lösen. Was dich angeht, Herrchen, müssen wir auch etwas mit deinem Haar machen. Vielleicht hilft dieses Gerät dabei. Na gut. Oh ja, das lindert den Juckreiz. Danke, Doktor. Lass uns nach Hause gehen. Problem gelöst. Uh. Pass auf. Aua. Ich werde fallen. Aua. Ich habe mir den Kopf gestoßen. Was war das denn? Hä? Das ist ein Hamster. Aua, das ist so heiß. Heiß, heiß, heiß. Okay, lass mich deine Temperatur messen. Wir müssen erst den Hamster aus diesem Ball befreien. Hey, lass mich runter. Mal sehen. Die Ergebnisse sagen... Du hast hohes Fieber. Oh nein. Es tut mir leid, Kumpel. Aber du musst die Medizin nehmen. Die geht ekelhaft. Was? Du musst es nehmen. Warte, ich weiß, was ich tun muss. Ich verstecke die Pille in der Gurke. So müsste es klappen. Lecker. Das ist der beste Snack, den ich je gegessen habe. Ja, ich bin so schlau. Oh ja. Was? Er hat die Gurke gegessen, nur die Pille nicht. Ach, komm schon. Ich muss mir einen anderen Weg ausdenken. Ist das ein Hamsterpischtier? Ja, ich hab's. Es ist an der Zeit, ein Exempel zu statuieren. Schau, dieser Hamster will die Pille nicht nehmen. Das bedeutet, dass ich ihm stattdessen eine riesige, furchterregende Spritze gebe. Mamma mia. Bekomme ich jetzt eine Spritze von diesem riesigen Ding? Okay, okay. Ich nehme die Pille. Nimmst du sie jetzt? Ja, gut. Hier ist sie. Danach habe ich mir einen Karottensnack verdient. Sehr gut. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Herr Doktor, sehen Sie, was ich gefunden habe. Es ist ein riesiges Ei. Was ist es denn? Ich kann es anhand der Geräusche nicht erkennen. Ich habe es gerade am Meer gefunden. Ich frage mich, was es ist. Könnte es eine Mittwochspuppe sein? Eine Barbie-Puppe? Wahrscheinlich nicht. Hm, was denkt ihr? Kommentiert unten. Lasst uns wissen, was ihr denkt, was in dem Ei ist. Oh, es knackt. Das ist es. Wir werden gleich herausfinden, was es ist. Ist das ein Schwanz? Wahnsinn. Es ist eine Puppe der kleinen Meerjungfrau. Ich habe noch nie so eine Puppe gesehen. Sie ist so schön. Wir sollten ihr eine Impfung geben. So, das wär's. Hä? Ist sie groß geworden? Versteckt euch. Sie hat sich in eine echte Meerjungfrau verwandelt. Schön, dich kennenzulernen. Ist die echt? Oh mein Gott. Hallo. Das ist fantastisch. Ich kann nicht glauben, dass ich ein Meerjungfrauenhaus dir habe. Lass uns spielen gehen. Tschüss. Hallo. Willkommen in der Tierarztpraxis. Ich sehe, du hast deine Katze mitgebracht. Hallo. Wie geht es dir? Ich lasse dich eine Weile spielen. Eine Katze, hä? Haha. Du weißt, was zu tun ist. Du hast diese Katze, stimmt's? Los, greif sie jetzt an. Oh oh. Eine Katze gegen einen Hund. Hä? Oh je. Mein armes Katze, mich kann nicht hinsehen. Aua. Hör sofort damit auf. Oh nein. Sie ist verletzt. Ich muss sie behandeln. Bitte rettet sie. Wir müssen sie auf das Bett legen. Oh nein. Sie bewegt sich nicht. Was ist mit ihr passiert? Ist sie weg? Ich werde sie wiederbeleben. Es geht nichts mehr. Achtung. Ah. Es hat nicht geklappt. Oh mein Kätzchen. Wir brauchen deine Hilfe, um sie zu retten. Bitte. Oh nein. Der Geist der Katze verlässt ihren Körper. Was sollen wir jetzt tun? Oh, ich weiß es. Ich brauche einen Snack. Was zum... Wo ist es hin? Vielleicht braucht meine Katze nur ein Lickerchen. Ja, Kätzchen, Kätzchen. Das ist lecker. Es hat geklappt. Sie war eben doch hungrig. Hm. Hast du noch mehr davon? Dann wollen wir mal loslegen. Als erstes müssen wir den Tisch sauber machen. So viel Staub. Einatmen. Und wegpusten. Unter dem Schreibtisch wimmelt es von Spinnenweben und Spinnen. Die müssen wir auch loswerden. Hä? Oh, Kaugummis? Die sind bestimmt schon 100 Tage alt. Igitt. Also gut, fangen wir an zu bauen. Zuerst schraube ich Hartfaserplatten an jede Seite des Tisches. Lass den vorderen Teil einfach offen. Was kommt als nächstes? Wir brauchen Fenster. Ich zeichne ein großes Herz und schneide es aus. Liebe liegt in der Luft. Oh, da fehlt noch etwas. Ich möchte Puppets hinzufügen. Nun, dieser Marker ist jetzt nutzlos. Zeit, die Wände zu streichen. Stell die Rolle ab und trage die Farbe in Regenbogenfarben auf. Jetzt geht's los. Verteile die Farbe so auf der ganzen Wand. Regenbogenwände. Perfekt. Warte, wir dürfen den Vorhang nicht vergessen. Ich hab einen gefunden. Ich hab ihn. Ah, Privatsphäre. Danke für den Vorhang. Tada. Die Vorhänge schließen sich. Ich hoffe, du hast die Show genossen. Du siehst gut aus. Als nächstes ein Teppich. Weich und flauschig wie Kitty. Wow, schau dir dein neues Zuhause an, Kitty. Seh dir ihr Gesicht an. Oh, ich glaub, sie liebt es. Mein Teddybär. Ihr Geld, der ist voller mit Spinnenweben. Papa, fang. Puh, was sollen wir damit machen? Oh, ich weiß schon. Diese besondere Ecke ist für Teddy. Wir schenken dem Kätzchen ein Herzblüschtier zum Knuddeln. Ich werde das Herz in seinen Füßen nähen, damit es nie wieder losgelassen wird. Vergiss nicht, den überschüssigen Faden abzuschneiden. Noch besser, das ist jetzt Kittys Bett. Ich glaube, sie findet es schnurrig schön. Sie ist fest eingeschlafen. Das haben wir toll gemacht. Gott gemacht, Papa. Pass auf den Eimer auf. Oh, oh, oh. Oh, oh. Haha, lustiger Papa. Ich hab mir den Kopf gestoßen. Oh, das bringt mich auf eine tolle Idee. Lass uns den Eimer in zwei Hälften schneiden. Pass auf die Finger auf. Dann schneide ich zwei Quadratmeter zurecht und schraube sie an zwei kleine Holzleisten. Als nächstes werde ich die Seiten mit einer Poolnudel sichern. Voilà. Das ist eine Katzenrutsche. Aber eine Rutsche macht mehr Spaß mit einem Pool. Oh, je. Diese Füße brauchen ein richtig gutes Bart. Nun, das kann er ein anderes Mal haben. Ich nehme diesen aufblasbaren Mini-Pool mit. Ich werde ihn mit Katzenstreuer setzen. Oh, was ist das denn? Katzenkacke. Hier ist das Becken für die Rutsche. Anstelle von Wasser schüttel ich Wasserkugeln hinein. Das ist ja toll. Ich bin ganz schön clever, was? Puh, das war anstrengend. Hä? Schau dir deine Hose an. Dieses Kätzchen hat gerade meine Jeans als Kratzbaum benutzt. Wenn du nicht kratzen willst, gebe ich dir eine Poolnudel. Steche mit einem Grillstock in die Seite und füge eine kleinere Poolnudel hinzu. Was noch? Ah, ich werde die Poolnudel mit einem grünen Seil umwickeln, damit sie mehr wie ein Kaktus aussieht. Füge Blumen hinzu und stelle ihn in einen Topf. Ein Kaktuskratzbaum. Ein lustiges Spielzeug und eine tolle Dekoration für Kötis zu Hause. Kitty ist überglücklich mit ihrem neuen Spielzeug. Sie hat ein Auge auf den Preis geworfen. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Ich muss meine Haare kämmen. Oh, warte mal. Noch eine bunte Idee. Diese bunten Borsten werden das Kätzchen anlocken. Ich werde sie an der Wand befestigen. Ich schätze, sie mag ihren neuen Beißring. Ich glaube, deine Hose gefällt dir besser, Papa. Nach all den Spielsachen, die ich dir geschenkt habe. Papa ist der beste Kratzbaum. Oh, oh. Papa hat etwas vor. Ich habe es geschafft. Schhh. Ich nehme die Hausschuhe. Danke. Hä? Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Puh. Also gut. Ich hänge die Hausschuhe an die Wand und benutze sie als Regal. Hier kommen Kittys Spitzzeug und die Leckerlis. Und hier das Katzenspielzeug. Das ist schön. Und ein hängender Fisch an der Decke. Schnurrig perfekt. Alles ist fertig. Das Kätzchenhaus ist fertig. Kätzchen, wo bist du? Kätzchen. Hier bist du ja. Irgendwie verstömmt mich mit ihr. Kitty, wach auf. Papa, hilf mir, Notfall. Was ist denn los? Ich glaube, Kitty ist krank. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Zeit, den Doktor zu spielen. Sie sieht wirklich blass aus. Was ist denn mit dir los? Ich werde zuerst ihren Puls überprüfen. Oh je. Ihr Herz wird schwächer. Sie sterben. Uns fällt schon was ein. Ich weiß. Sieht so aus, als müssten wir ihr Medikament spritzen. Geht es ihr gut? Hat es funktioniert? Es hat nicht geklappt. Ich schätze, es ist Zeit, einen Defibrillator zu benutzen. Oh, so elektrisch. Kitty ist immer noch nicht wach. Ich dafür schon. Papa, schau mal. Oh nein, Kitty hat einen Herzstillstand. Die arme Kitty. Ihre Seele entweicht wie ein Geist. Wir müssen sie wiederbeleben. Und wenn wir versuchen, sie zu füttern? Ich habe ein Klatschenleckerli gefunden. Katzenfutter? Ich denke, wir können es versuchen. Machen wir es auf. Schnell. Nimm einen Löffel und fütter sie. Es hat geklappt. Dieses doofe Kätzchen wollte die ganze Zeit nur Futter. Juhu, sie lebt. Das war ein ganz schöner Schreck. Papa, mein Bauch tut weh. Ich habe Hunger. Okay, lass uns losgehen und etwas zu essen holen. Sie haben so viel Zeit miteinander verbracht. Das ist meine Chance, Papa, ein schlechtes Image zu verpassen. Ich werde Hundetoilettenschiller aufstellen. Das Katzenhaus ist offiziell eine Hundetoilette. Oh nein, eine Hund hat wirklich in das Katzenhaus gemacht. Wir sind wieder da. Nächstes Mal bauen wir ein größeres Katzenhaus. Irgendetwas riecht komisch. Riechst du das auch? Tja, schau mal. Was zum? Wie werden wir denn wieder los? Lass mich denken. Aha, der Ultra-Pup-Scooper. Damit können wir einfach alle Haufen aufsammeln wie ein Profi. Wie geht meine Nase? Na ja, jetzt ist das in Ordnung. Ha, mein Plan ist gescheitert. Verdammt. Was ist passiert? Ich kann Kitty nicht finden. Kitty, lass uns losgehen und sie suchen. Was glaubst du, wo sich Kitty versteckt? Hast du sie gesehen? Wir müssen weitersuchen. Oh, hört ihr das? Im Rucksack. Ah, ich glaube, ich weiß, wo Kitty ist. Oh, Kitty, bist du hier? Ich hab dich gefunden. Sie war die ganze Zeit in deinem Rucksack. Kitty, ich dachte, ich hätte dich verloren. Problem gelöst. Hä? Warte mal kurz. Das Raketenschiff? Und ein Rucksack? Es ist Zeit zum Basteln. Zuerst zeichne ich einen Kreis in die Mitte des Rucksacks. Ich benutze den Globus als Vorlage. Dann schneide ich den Kreis aus, um ein Loch zu machen. Platziere ein Raketenschiff da rumherum. Als nächstes klebe ich die Weltkugel über das Loch. Voila. Eine Raketenschifftasche für Kitty. Hüpfe in den Raketenschiff. Ich muss vorsichtig sein. Er darf nicht herausfinden, dass ich Kitty bei mir hab. Was ist das für ein Geräusch? Hast du die Katze hergebracht? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das macht nichts. Ich hab wohl Dinge. Kitties Fell ist so weich. Oh nein, ihr Fell ist auch schmutzig. Schauen wir uns das mal genauer an. Wie geht? Das ist voll mit Keimen und Würmern. Wir müssen sie mit einer Pinzette herausziehen. Ungezieferbefall. Diese Spinne sieht aus, als hätte sie einen giftigen Biss. Ekelhaft. Lass uns Kitties Fell mit einem speziellen Kamm bürsten. Man fährt mit jeder Bürste den ganzen Schmutz und das Fell. Drücke die Bürste, um das Fell herauszudrücken. Es gibt noch mehr. Ein Katzenhut aus Fell. So kann man recyceln und dabei auch noch schick aussehen. In der Klasse sind kein Haustiere erlaubt. Ich hoffe, ich seh nicht verdächtig aus. Ich hab etwas in meiner Tasche versteckt. Ich hab meinen Welpen mitgebracht. Nimm ein paar Leckerlis. Wer ist ein guter Junge? Oh Mist, Herr Lehrer, komm. Chase, versteck dich. Los, schnell. Hallo, Herr Lehrer. Irgendetwas kommt mir verdächtig vor. Was hast du denn da an deiner Tasche? Nichts, ich hab keine Haustiere dabei. Okay, ich bin überzeugt. Oh oh, Chase wittert Ärger. Ihre Schnürsenke-Samsknoten ist die beste Rache. Oh oh, ich bin gefallen. Noch schlimmer, Chase hat auf die nagelneuen Schuhe des Mädchens gepinkelt. Das wird definitiv einen übelen Gestank hinterlassen. Das hast du erfahren, wenn du dich mit mir anlegst. So geht's. Hey, Kumpel. Ich bin wieder da. Was zum? Es sind das Pfotenabdrücke überall auf dem Boden. Da ist eine Spur. Auf keinen Fall. Sie sind auch auf meiner Couch schon an den Wänden. Ich folge der Spur besser weiter. Sieht aus, als hätte mein Mann eine Pfotenmassage bekommen. Wohin führt diese Spur aus Pfotenabdrücken? Ich glaube, ich komme der Sache näher. Da ist es. Chase ist der Übeltäter. Oh was? Ich muss diesem Hund eine Lektion erteilen. Gib mir den Ballon sonst. Willst du ihn platzen lassen? Sieh zu und lerne. Jetzt, wo ich den Ballon habe, werde ich die Lippen aufschneiden. Jetzt warte, bis die Luft ganz raus ist. Wir werden da aus Pfotenschuhe machen. So werden seine Pfoten nicht mehr ganz so schmutzig. Das ist ein toller Hack. Das viele Herumlaufen hat ihn erschöpft. Es ist Zeit, sich auszuruhen. Chase, wo bist du? Es ist Zeit zu essen. Oh nein. Chase, du siehst nicht so gut aus. Nein, ich komme schon. Was ist los, Chase? Wach auf, Chase. Bist du krank? Wir brauchen Hilfe. Was ist denn hier los? Oh nee, Chase bewegt sich nicht. Wir müssen einen Tierarzt rufen. Ich bin schon da. Wow, du bist so schnell. Okay, ich werde zuerst seinen Herzschlag überprüfen. Mal sehen. Das Herz ist irgendwie schwach. Oh nein, ihr Welpe ist sehr krank. Ich muss ihm ein Medikament spritzen. Bitte tun sie ihm nie weh. Das wird sicher sein. Die Nadel ist abgebrochen. Was soll ich noch tun? Oh, richtig. Ich muss den Defibrillator benutzen. Weg. Ich glaube, du hast nur sein Fell verbrannt, anstatt ihn zu retten. Warum funktioniert es nicht? Es ist an der Zeit, die großen Geschütze aufzufahren. Zuerst muss ich den geheimen Gegenstand freischalten. Ich präsentiere euch das ultimative Hundeleckerli. Wow. Wow. Es ist so günstig. Dieses Heilmittel ist einmalig. Seht ihr? Allein durch den Duft des Leckerlis fühlt er sich schon viel besser. Puh. Juhu, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Alles, was er braucht, um behandelt zu werden, war ein Leckerli. Schieß den Ball. Das ist ein entscheidender Moment. Er ist dabei, ein Siegestor zu schießen. Der Welpe kaut auf dem Fernsehkabel herum. Oh oh. Was ist mit dem Fernseher passiert? Ich darf dieses Spiel nicht verpassen. Du böser Hund. Du hast die Fernsehkabel gemacht. Du brauchst eine Trachtbrügel. Lauf nicht vor mir weg. Dad, tu ihm nicht weh. Er hat es nicht so gemeint. Oh, ich habe eine Idee. Ich schneide den Papptipps auf. Da ist genug Platz für ein paar Drähte drin. Ich werde die Fernsehdrähte in die Kanalröhre einführen, damit sie geschützt sind. Das Gleiche mache ich mit der gelben Röhre. Jetzt verbinde die beiden Röhren miteinander und die Kabel sind sicher und gesund. Jetzt können wir in Ruhe fernsehen. Oh, seht ihr diese Katze an? Ich liebe diese Sendung. Ach ja? Das ist ziemlich lustig. Oh, der Welpe schnüppelt schon wieder an den Drähten. So schade, dass er sie nicht mehr beißen kann. Mehr Glück beim nächsten Mal, Kumpel. Oh nein, warum seid ihr so schmutzig? Ihr macht das ganze Bett so schmutzig. Es ist Zeit, ein Bart zu nehmen. Chase, wo gehst du hin? Ich gehe Chase hinterher. Ach komm, zwing mich nicht, euch beiden hinterher zu jagen. Sieh mal, Chase geht direkt auf die Toilette. Er ist so ein schlauer Hund. Willst du jetzt ein Bart nehmen? Hier, ich wische den Schmutz aus dem Fell. Oh je, das ist aber eine große Sauerei. Ich habe das Gefühl, die Reihungszeit ist noch lange nicht vorbei. Oh nein, jetzt kommt der Fellschüttler. Ente. Ich sollte als nächstes meinen Lippenstift machen. Igitt, ist das Hundefell? Es ist überall auf meinen Sachen. Oh mein Gott. Mein Lieblings-Sandwich, Igitt. Irgendwas ist anders. Warum ist da so viel Fell auf meinem Sandwich? Schau dir mein Kuscheltier an. Warum ist es voll am Fell? Wo kommt das denn her? Was zum? Da ist eine Spur aus Fell auf dem Boden. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, woher sie kommt. Woher führt sie? Eine Spur? Wir alle sollten ihr folgen. Da. Irgendetwas sagt mir, dass das nicht der echte Chase ist. Warte, da stimmt etwas nicht. Da ist der echte Chase. Ich weiß, wie man das in Ordnung bringt. Ich habe eine spezielle Fellbürste. Ich werde Chases Fell bürsten. Das müssen wir jetzt jeden Tag tun. Jetzt, wo wir das überschüssige Fell von Chase haben, drücken wir die Bürste nach unten, um es auszulösen. Und Josh auflöst mit diesem geformten Scherpfer auf. Tada. Es ist ein entwärmiges Fell. Pilzige Entchen sind besser als Gondimie Entchen. Wahnsinn, was für ein süßes Entchen. Wer hätte gedacht, dass man aus einem Hundefell ein Spielzeug machen kann? Wo ist meine andere Pantoffel? Ich suche ihn schon seit Ewigkeiten. Dieser böse Hund kaut auf meinen Pantoffeln herum. Du dummes Hündchen. Gib ihn mir zurück. Wag es nicht, mit mir Tauziehen zu spielen. Ich sagte, gib ihn zurück. Und komm nicht mit diesem Welpenblick. Hey, such dir was anderes zum Kauen. Sieh nur, was du mit meinen Pantoffeln gemacht hast. Wie kann ich dir noch anziehen? Dein Hündchen hat meinen Pantoffeln kaputt gemacht. Riechst du das? Ja, das tue ich. Oh ihr, die Keimer haben die Zeit ihres Lebens im Mund des Welpen. Es ist Zeit, ihm die Zähne zu putzen. Igitt, deine Zähne sind ganz schmutzig und eklig. Halt still, während ich dir die Zähne putze. Hör auf zu beißen. Ich kann nicht glauben, dass er die Zahnbürste kaputt gemacht hat. Wir brauchen einen anderen Plan. Ich habe eine Idee. Bereite einen Handschuh vor. Dann schmiere Kleber auf den Zeigefinger, damit wir die Würste draufkleben können. Einfach so. Jetzt wird es einfacher, dem Hund die Zähne zu putzen. Wach auf, Kumpel. Diesmal kannst du es nicht abbeißen. Voilà. Ich glaube, er ist glücklich mit seinen sauberen Zähnen. So ein guter Junge. Pass auf. Igitt, mal smatige Gefühls nicht schön. Bist du in einen Haufen getreten? Oh je, das ist ja eklig. Ich werde einfach dieses Quallengerät benutzen, um deine Socke auszuziehen. Zieh die Socke einfach so vorsichtig ab. In den Müll geht sie. Okay, fertig. Was, da ist noch mehr? Es ist überall, wo ich hingucke. Oh nein, das ist ein stinkendes Problem. Aha, ich weiß. Wir müssen dem Welpen eine Windel anziehen. Wir müssen dir erst beibringen, wo du kacken musst. Keine Unzelle mehr auf den Boden. Gut gemacht, Mama. Juhu, rutschen. Komm schon, Chase, rutsch. Beeil dich, du lahme Schnecke. Hab keine Angst. So ist es gut. Das macht doch Spaß, oder? Es sieht so aus, als hätte Chase Angst vor Rutschen. Was ist denn mit ihm los? Mama steckte sich im Eimer. Sieh dir diese Welpenaugen an. Das stimmt eindeutig etwas nicht. Chase hat Angst vor der Rutsche. Denkst du, was ich denke? Bereite einen Eimer und einen Cutter vor. Pass auf deine Finger auf, wenn du den Eimer in zwei Hälften schneidest. Wir benutzen die Eimerhälften als Rutsche. Kohlnudeln für die Griffe und ein Bälleblatt, in dem wir landen. Auf geht's, Chase. Schau, Kumpel, wir haben dir eine lustige Rutsche gebaut. Chase scheint seine neue pelztastische Rutsche zu genießen. Komm raus. Ups, Aiden mag die Wasserspritzer gar nicht. Mario, Mario. Ach komm schon, es war Marios Badezeit. Aber natürlich muss Aiden zuerst kommen. Ich mag es nicht, wenn das Wasser spritzt. Ist das so? Ich hab eine Idee. Wir brauchen einen Ziegelstein, um einen besonderen Gegenstand für uns zu gewinnen. Da ist es. Ein Antispritzpulver. Los geht's. Wir müssen das ganze Puder in die Toilette schütteln, damit nichts spritzt. Bist du bereit? Versuch es mal. Es hat geklappt. Es hat nicht gespritzt. Das ist toll. Danke, Mario. Gut gemacht, Bowser. Er ist schneller als Lightning McQueen. Oh je, nicht die Toilette. Nein, Mario. Mario ist auch gerade mitten in einem Mario-Card-Rennen. Hoffentlich landet er nicht auch in der Toilette. Mario, ich brauche Hilfe. Was ist da passiert da? Bowser ist in die Toilette gefallen. Die Schweißer. Komm her. Willst du mich schlagen? Dummkopf, ich habe dir gerade eine Toilette-in-Sitz-Rettstrecke gemacht. Was für eine clevere Erfindung. Es ist an der Zeit, die Räder am Laufen zu halten. Nun, Mario muss auch zu seinem Mario-Card-Rennen zurückkehren. Er hat einen Pokal zu gewinnen. Ich glaube, Aiden übertreibt es mit der Zahnpasta. Und er will sie nicht einmal benutzen. Wow, was ist das denn? Aiden, du sollst dir deine Zähne putzen. Aber die Zahnpasta riecht zu sehr nach Pinze. Wie wäre es mit einer kleinen Bowser-Kappe auf deine Zahnpasta? Wenn du ihn mit Zahnpasta fütterst, wird er sie für dich ausscheiden. Lustig, oder? Und jetzt los, putze dir die Zähne. Ich will aber nicht. Mama mia. Ich will Nutella essen. So, es ist gut da, gib mir das. Ich werde eine Nutella-Zahnpasta machen. Das ist perfekter. Jetzt hat Bowser schokoladigen Durchfall. Probier es mal. Das schmeckt wie Minzschokolade. Die ganzen Pilze, die er gegessen hat, sind ein bisschen schwer zu verdauen. Hey, wer hat das Klopapier geklaut? Es ist leer. Es ist keine Rolle mehr da. Bis auf eine da drüben auf der Badewanne. Oh nein, das ist Bowser. Du böse, böse Schildkröte. Mario. Sogar die Piranha-Pflanze hat den Notruf gehört. Was ist los mit dir? Ich habe kein Toilettenpapier mehr. Du brauchst keine Toilettenpapier. Was hat Mario vorzutun? Ich habe eine Gadget hier drin. Böse, böse Pflanze. Lass mich los. Okay, versuchen wir es noch einmal. Aha, ich habe es gefunden. Wow, dieses Bidet kommt mit einer Pumpe. Und schau mal, wie leicht es Luftballons reinigt. Du bist fertig? Mach dir keine Sorgen um die Spüllung. Du kannst das Wasser einfach wegschütteln. Das ist ganz einfach. Die Toilette zu benutzen sollte eine Erleichterung sein. Außer wenn der Toilettensatz zu kalt ist. Wird Mario dir helfen können? Was siehst du los, Sir? Mir ist kalt. Die Knobrolle ist zu kalt. Ist das so? Vielleicht hilft dir die Hitze eines Föhnes. Gute Idee. Das macht meinen Hintern ganz warm und gemütlich. Was den Toilettensitz angeht. Ist das ein Mario, Squishy? Ich weiß ja. Es ist an der Zeit, da alle Squishys aufzukleben. Gut, dass sie es in Aufbau und Aufklebern gibt, damit ich sie auf den Toilettensitz kleben kann, um ihn warm zu halten. Aiden, dein Toilettensitz ist fertig. Das ist so bequem und Squishy. Und quetsche, so viel du kannst werden. Wow, dieser Toilettensitz ist so hoch für Aiden. Er kann ihn nicht erreichen. Ah, Mario. Ich höre einen Notruf. Oh, hallo. Wo liegt das Problem? Ich kann den Toilettensitz nicht erreichen. Was können wir tun? Oh, wofür ist der Ziegerstein? Du kannst ihn als Trittbrett benutzen. Klettere drauf. Wow, ich fühle mich so groß. Ich liebe es. Hä, äh, äch. Ey, Gid, holt dem Jungen ein Taschentuch. Oder noch besser, wascht ihr die Hände im Waschbecken. Aber wir haben ein Problem. Aiden kommt nicht an den Wasserhahn heran. Ich wische alles am Waschbecken ab. Was ist denn hier los, sa? Mama mia, denk nach. Eine Shampooflasche. Ich hab's. Was hat Mario vorzutun? Wir werden den Schleim von dieses Küchespielzeug wegmachen. Jetzt ist er voll. Und mit der Shampooflasche baue ich eine Brücke, damit das Wasser näher an die Rand fließen kann. Was für ein Genie. Puh, endlich sind wir den ganzen Schleim los. Gut gemacht. Und es wird Zeit, dass du deine Dusche beendest. Nichts ist so spannend wie ein Bad. Oh nein. Die Seife ist zu glitschig. Oh oh, pass auf. Wer hätte gedacht, dass Mario auch Skateboard fahren kann? Er ist dabei, das Mario-Kart-Rennen zu beenden. Aua, meine Rücken. Das, was wir getan haben. Wir müssen etwas gegen diese seifige Situation unternehmen. Ist das eine riesige Nase? Noch besser, es ist ein Seifenspender. Ich wünschte, es wäre so einfach, eine Erkältung auszuniesen. Das war einfach und keine Unfälle mehr beim Skateboarden. Es gibt kein besseres Spiel als Mario Bros. Das ist King Boo. Der Controller ist gerade in die Toilette gefallen. Das bedeutet, dass Mario auch nass geworden ist. Und das Spiel ist vorbei. Ich wollte den Controller nicht fallen lassen. Igitt, das ist ja fieser. Wir müssen verhindern, dass das noch einmal passiert. Sind das Marios Strumpfhosen? Es scheint, dass sie auch gut auf den Toilettensitz passen. Und um es bequemer zu machen, schneiden wir ein Loch in die Mitte. Probieren wir das mal aus. Sie ist nicht reingefallen. Wie wäre es mit einer Quietsche-Ente? Nö, immer noch sicher. Dollar! Zurück zum Spiel. Ich habe das Gefühl, dass Aiden gewinnt. Wenn du vorbei bist. Wir müssen deine Haare richtig auswaschen. Oh nein, es tut mir leid da. Was hast du mit meinem Jungen gemacht? Herr Wisch ist weg. Warst schon gut. Du unverantwortlicher Mensch. Es scheint, es hätte etwas anderes Marios Aufmerksamkeit erregt. Was hat er mit einer Krone vor? Wow, es ist eine kronförmige Duschhaube. Das ist ein nützliches Gadget, um zu verhindern, dass Seife in Aidens Augen gelangt. Natürlich ist die Schlange der Arztpraxis so lang. Es sieht aus, als würde der Arzt allen eine Impfung verpassen. Die Nadel sieht kuselig aus. Sie ist riesig. Ich will sie nicht. Das tut weh. Hallo, kleines Mädchen. Es wird alles gut. Es wird nicht wehtun. Stimmt's, Doktor? Zeig mir deinen Arzt. Nein, er sieht auch sehr verrückt, damit einem sehr scharfen Schwert. Hilf mir. Komm zurück. Jetzt geht's los. Sieht aus, als ob sie die Nadel unheimlich findet. Was jetzt? Oh, ich hab eine zündende Idee. Ich könnte diese matschige Flunder gebrauchen. Legen wir ihn auf die Spritze, um die Nadel zu verdecken? Na, das sieht ja gar nicht so gruselig aus. Schau, Flunder möchte dir einen Kuss geben. Es hat geklappt. Das hat gar nicht weh getan. Flunder ist so nett. Wow, eine Ballergruppe. Sie wollen spazieren gehen? Oh nein. Oh, Schokolade. Wenigstens ist es Nutella und keine Kacke. Oh oh. Sie hat Barbies Schuh verschluckt. Meine Tochter, was ist passiert? Hast du dich verschluckt? Okay, ich werde jetzt einen kräftigen Klaps auf den Rücken geben. Es hat geklappt. Sie hat die Schuhe ausgespuckt. Oh je, was für ein sehr kleiner Gegenstand. Das ist wirklich eine Erstickungsgefahr. Ich habe eine Idee. Lass uns die Beine von Barbie loswerden. Was hast du das getan? Warte nur. Es ist Zeit, etwas zu basteln. Ich brauche etwas Draht, den ich durch Barbies Hüften schlingen werde. Dann werde ich den Draht biegen und ihn wie ein Meerjungfrausschwanz formen. Wow. 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 Dann bedecke ich ihn mit Folie. Jetzt geben wir ihm noch etwas mehr Form. Wow. Ich gebe eine Schicht Spielknete über die Folie. So sieht es immer mehr wie ein Schwanz aus. So, jetzt ist es an der Zeit, ihm etwas Farbe zu geben. Ich gieße grünen Glitzer darüber, genau wie bei meinem Schwanz. Dann füge ich noch ein paar Pailletten hinzu, damit es noch mehr glitzert. Und da die Meer. Ich liebe es. Sie ist eine Meerfrau. Genau wie wir. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Heute bin ich für das Bügeln unserer Kleidung zuständig. Das ist echt heiß. Ich bin gleich wieder da. Ein glühend heißes Bügeln heißen. Oh oh. Jetzt hast du glühend heiße Hände. Oh nein, deine Hände sind so rot. Das ist so heiß. Hier ist ein Eisbeutel, um die Verbrennung zu lindern. Was ist passiert? Das ist deine Schuld. Wie auch immer, gib es mir einfach. Wie der Vater, so die Tochter. Ihr beide müsst lernen, wie man ein Bügeleisen richtig hält. Wartet. Eine Gießkanne. Wie ein Bügeleisen. Ich weiß. Ich werde die Gießkanne mit heißem Wasser auffüllen. Jetzt kann man sie auch als Bügeleisen benutzen, ohne sich die Hände zu verbrennen. Wahnsinn. Versuch es. Es klappt. Lass mich die Arbeit zu Ende bringen. So, meine Oma ist fertig. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Das hast du gut gemacht, dass du Papa geholfen hast. Psst. Das kleine Mädchen ist im Traumland. Eine laufende Hand. Das ist eiskaltes Händchen. Lass mich los. Ich bin unverschämt. Was macht du ein Zerrins unter dem Bett? Da bist du ja eiskaltes Händchen. Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören herumzulaufen. Lass uns wieder schlafen gehen. Hä? Wie kommst du denn hierher? Verdammter Sack, du hast mich erschreckt. Was soll ich tun? Eine Kiste? Warte mal. Ich weiß was. Schneiden wir die Kiste in sargförmige Stücke und machen Fledermauslöcher hinein. Ich werde die Seiten zusammenkleben, um das Ganze zusammenzusetzen. Ein Fledermaus-Sarg. Und was ja besser ist, ist es eine Nachtlampe. Jetzt können alle wieder schlafen gehen. Gute Nacht, meine süßen Perlen. Wie geht's? Meine Hände sind so dreckig. Ich glaube nicht, dass man mit dieser schmutzigen Seife sauber werden kann. Ich sollte sie wegwerfen. Oh, Essenszeit. Hier kommt mein Essen. Hilf mir! Ich hasse es, wenn mein Essen so laut ist. Das wird dich zum Schweigen bringen. Guten Appetit. Und? Die schmutzige Seife hat mich gerettet. Ist das überhaupt noch eine Seife? Igitt. Das kann nicht sein. Das ist meine Scheißherrgum. Was ist mit den Händen passiert? Du kannst diese brandneue, saubere Seife benutzen. Warte mal. Der Halter ist ganz schleimig und schmutzig. Ich weiß. Das wird den Halter mit Warnwasser reinigen. Dann lege ich Gummibänder hinüber, damit die Seife sie nicht berührt. Clever, was? So ist es besser. Eigentlich kann ich meine Hände sauber machen. Guck mal, nicht mehr dreckig. Ich lege die Seife wieder auf den Halter. Die Seife berührt den Halter nicht, sodass ich keinen Schmutz und Schleim bilden kann. Habt gemoxt, Papa! Sehe ich nicht hübsch aus? Was macht meine Tochter? Sie sieht da drüben beschäftigt aus. Kannst du dich bitte umdrehen? Hallo, Mama. Schau dir meinen Lippenstift an. Das ist kein Problem. Warte. Ist das ein Bissabdruck auf dem Lippenstift? Ich habe ihn gegessen. Lecker! Nein, nein, nein. Lippenstift ist kein Essen. Spuck ihn aus. Na gut. Das ist schlecht. Ist nie wieder ein Lippenstift. Warte. Bist du sauer? Jetzt fühle ich mich schlecht. Sehe dir dieses düstere Gesicht an. Was soll ich jetzt tun? Oh, ich weiß. Praline, was hat Mama vor? Ich meinte nur für Vollschokoladenscheiben und erhitze sie über einer brennenden Kerze, bis sie ganz geschmolzen ist. Jetzt gieße ich die geschmolzene Schokolade in eine Lippenstift-Tube. Hier, nimm einen Schokoladenlippenstift. Er ist essbar. Nimm ein Bissen und probiere ihn. Das ist cool. Es schmeckt wie Schokolade. Danke, Mama. Mein süßes Mädchen. Ich habe so viel in dieses Buch investiert. Ist das ein Laser? Richte ihn nicht auf Papas Stirn. Er brennt. Oh nein. Kocht Mama etwas. Meine Stirn brennt. Mach es weg. Nimm es weg. Wasser. Oh, was für eine Erleichterung. Dein Gesicht. Keine Laser mehr für dich, junger Fisch. Nimm meinen Laser zurück. Oh Mist. Oh, Klebeband. Perfekt. Ich benutze meine Telekinese-Fähigkeiten. Ich hab's. Was hat Papa mit dem Klebeband vor? Ich werde den ganzen Raum mit Klebeband auskleiden. Genau wie ein Laser-Security-System. Jetzt sind wir auf einer Mission. Schau, was ich gemacht habe. Wir sind überall Laser. Das ist der Hammer. Ich bin eine Spionin und ich muss durch diese Laser gehen, um auf die andere Seite zu kommen. Der Trick hat geklappt. Wie bei einer echten Spionin. Ein letztes Stück. Was ist das? Gibt es eine Erfung? Nein. Nur das kranke Mädchen hustet. Du brauchst Medizin. Mein armes Mädchen. Du blühst ja förmlich. Zeit, deine Medizin zu nehmen. Ich habe die Blutstropfen hier. Ich fahre aber nicht. Das ist schon gut. Schmeckt wie Blut. Nein, ich hasse Medizin. Ist das so? Dann ist es immer Zeit, einen Trick auszuprobieren. Ich hole ein paar Blutstropfen und fülle die Knöpfe eines Fischförmigen im Poppet. Er sieht aus wie ein guter Freund zu Bastian. Sie sind fast fertig. Wir müssen sie nur noch mit einem Schwanz kühlen. Die Gelees sind fertig. Versuch es mal. Schau, es ist so weich. Es ist so süchtig. Hey, was ist mit mir? Na gut, jeder darf mal probieren.